Oh mein Gott, das ist ja süß! Darf ich anfassen? Mama, das schaut weich! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich und Mama haben auf ganz vielen Kanälen gesehen, dass die Leute so ein Kreuzworträtsel gemacht haben. Das Ganze nennt sich auch Suchsel, haben wir ausgefunden. Wir sind voll die Dekutive. Und zwar schaut das alles so aus. Und zwar, hier steht schon, du bekommst es, wenn du das Wort findest. Leute, ihr kennt mich. Ich liebe Überraschungen. Wir haben so etwas Ähnliches schon mal gemacht, aber nur halt mit so einem Geigenmännchen, glaube ich, heißt es. Oder, Mama? Das war Geigenmännchen oder aus dem Rücken. Ach, wir haben das schon öfter gemacht. Oder wenn man den Preis erdreht. Wir haben schon ganz viel gemacht. Genau. Ja. Und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht so viel. Die Easy will starten. Los geht's! Und ich erkläre euch jetzt schon mal, wie das geht. Und zwar, ich habe hier so einen Zettel. Und da stehen ganz viele Wörter drauf, die ich... Das ist doch... Mama! Was? Was ist das? Da werde ich nie was finden. Und ich habe nur eine Minute Zeit dafür. Und dass sie das auch besser sieht, werden wir noch mit dieser Kamera hier filmen. Mit der wir eigentlich filmen. Das ist jetzt gerade mit Mama's Handy. Ich zeige immer kurz vorher den Gegenstand, den die Easy sich praktisch ersuchen kann. Ein iPhone 12? Nein. Und wenn sie das... Wer weiß? Und wenn sie das erraten kann, dann bekommt sie. Oh, ich bin so gespannt. Mama, leg los! So, wir haben hier den Timer eingestellt. Das ist ganz... Das ist verdammt. Das ist dein iPad, nicht mein ich diesmal. Okay. So, und jetzt machen wir mal den ersten Begriff zum Warmwerden. Nehmen wir mal was. Und zwar... Ups, verkehrt rum. Ich gehe! Okay. Also, zeig mal, was... Das ist Isabels Lieblingsschokolade. Eine meiner. Ich mag diese Erdbeer auch sehr gern. Zeig mal Rittersport. Aber heute habe ich echt Bock auf Marzipan. Marzipan. Das heißt, du musst jetzt... Jetzt geht es gleich los. Warte, dann starte ich hier auch schon mal. Genau. Ich lege es immer hier so hin. Ja, aber guck mal, dass die Leute mitgucken können, wie du das findest. Und ich würde sagen, jetzt geht es los. Und wir drücken mal hier... Und wir drücken mal hier auf Schokolade. Steht da nur Schokolade oder Marzipan? Also, da steht nur Schokolade. Gut. Hops! Was? Hops, 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 hops. Oh, nee. Ernsthaft? Okay. Anfängerglück, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Hallo. Ich denke, das kriege ich noch so gut hin, Mama, diese Challenge. Ich rocke diese Challenge, Mama. Meins. So, ich würde sagen, Gegenstand Nummer... Hops, ich guck weg, obwohl ich muss nicht weg gucken, weil... Zwei. Ne, du musst nicht weg gucken. Ich zeig's dir. Und zwar... Das war... Oh, darf ich anfassen? Oh, darf ich anfassen? Darf ich anfassen? Rechnen mit... Ähm... Drei Minuten? Ne. Hä? War's ja okay, aber... Okay. So, ich würde mal sagen, bist du bereit? Das ist ein... Wollwuschel. Nein. Wir werden das nicht unter Wollwuschel finden. Ein Saison Beauty. Nein, was ist denn das? Hallo? So, ein Scrunch hier. Ja, das ist Wollwuschel. So, also ich drück, pass auf. Los geht's. Eins, zwei, drei. Wieder S, Mann. Scrumchi. Ach komm. Nein. Ich glaube wir müssen uns das jetzt es erschweren und du müsst mir die Wörter raussuchen. Okay? Wie categoriesシルク? Wie meinen wir das? host Nutzerbe. Okay, wie matters. regeländerung nein nein das gilt nicht nein in der nächsten runde machen wir eine regeländerung ich bin der chef ich bestimme die regeländerung so also weil die easy so schlau ist gibt es eine regeländerung so dann guck mal was du findest und ich du zeigst mir die sachen gar nicht ich zeig das nicht in der nächsten runde weil du bist ja so ein schlaues kind so warte ich würde sagen du hast ja fang mal einfach an ob du was findest und erzähl uns auch so ein bisschen wie du dich fühlst dabei was geht es so gemein nein ich habe so tolle sachen noch hier ist maske ach komm ich hätte es vielleicht ich habe es auch mittel schwer weil ich nicht gedacht habe dass du hast du hast das jetzt aber dann war die so teuer zeig mal das ist so eine metallic glow maske zeig mal das ach komm jetzt du weißt ja ich habe sieben sachen sieben sachen so weiter geht's habt ihr es gerade gehört sonst ist das video ja gleich vorbei was ist was da haben wir heute am tisch erst drüber geredet das ist mir so ein wünsch leute ein so ein fresser ich finde die so so süß wo ist er wo ist er gib her das ist echt dass du so schnell bist das hätte ich nicht gedacht das nächste mal wohl ultra schwer ja leute wenn ihr wollt dass wir noch mal so ein suchsel lösen und zwar es gibt leicht mittel schwer und extra schwer wenn ihr wollt wenn ihr wollt dass wir das noch mal machen mit extra schwer dann braucht dieses video mindestens 1000 daumen nach oben und dann machen wir noch mal so 1 oh haben wir auf manche videos so viel ja haben wir schon also daumen nach oben geben dann machen wir noch mal ein extra schweres aber jetzt erst mal ist es so wie du dir das vorgestellt hat ja gelb ist meine lieblingsfarbe mit pink das ist auch ein kleiner schutzengelchen warte steht da der name nele du musst mit raten helfen bonbon glas warte das ist ein sorgenfresser kein bonbon äh fresser die isabel hat keine sorgen gott sei dank sie wird da lauter bonbons rein nein ich bin ja froh dass du keine sorgen hast mein schatz so ok mama jetzt wird schon schwieriger ok schau mal vielleicht hiebst du es ein bisschen Richtung kamera dass die leute mitraten können so Leute ich finde nichts doch ich hab schon wieder was was ach komm ich hab schon wieder was Leute ich zähle auf euch bitte 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 tausend sauber nach oben dann machen wir so eins nochmal in der schweren wo soll ich dir zeigen das sind wätschern da wie lüür wo ist es hin da wo ich habe überhaupt kein pilu oh bio nein da stand pilu ich bin mir ganz sicher das hat sich jetzt aufgelöst bilu nein das finde ich ja für ruhig du ich habe mir gedacht wenn ich jetzt wieder wir haben Bilou in jedem Video drin mit sowas habe ich gedacht ich mache jetzt kein Gebuch du wolltest du wolltest ich habe schon überlegt aber ich habe nicht ergedacht oh jetzt also es wird immer schwerer Mama wie viel ist denn 1, 2, 3, 4 da haben wir noch 3 Sachen drin versteckt läuft eigentlich ein Timer? also ich würde sagen wir lassen den du hast jetzt noch 5 Minuten Zeit um diese 3 Gegenstände zu erraten und ich mache jedes mal Stopp hier steht Lea weißt du wie ich meine Isi? wir geben dir jetzt noch das ist dann praktisch eine Stoppuhr und ich mache dann jedes mal Stopp ja aber ich finde es nicht schwer wenn du wüsstest was ich noch habe gib mir mal einen Tipp oh je ein Tipp ein Tipp okay bei dem gebe ich dir noch mal einen Tipp ne ja noch 2 Sachen du hast ja schon 1, 2, 3, 4 ach ne genau ne noch 3 Sachen ja gib mir einen Tipp Mama okay lassen wir es mit dem Tims lieber okay ich will sonst okay 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 ich suche das ist der Lieblings-Kaugummi von der Isabel die habe ich tatsächlich noch nie probiert ja aber die Marke mhm du war mal in der Hello Buddy ne in der Hello Buddy Goodie Box ey ich sag nur Hello Buddy so Kaugummi Kaugummi habe ich es genannt Kaugummi habe ich es genannt nein sicher 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 mach mal deine Haare so ein bisschen hinter weil dann können die Leute auch mit gucken ich würde jetzt vorschlagen ich zeige dir das jetzt und wir machen mit dem nächsten weiter oder weil Kaugummi ist wenn du jetzt nicht findest ist nicht so schlimm weil die Zeit läuft das ist jetzt genau Okay Mama Mama und das letzte hast vielleicht gar keine Zeit mehr ich zeige es dir Rohwachs oder ja 20 Euro ja such du hast jetzt nicht mehr viel Zeit und der letzte Begriff der ist noch gar nicht gefunden die hast du nicht die Kaugummis müssen wieder auf die Seite such ich hab's ich hab's was ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's doch 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 ich hab's ach komm Isabelle du hast nur noch eine halbe Minute für den letzten Begriff ok 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 tipp 20 Sekunden Pielraben was Pielraben Pielraben Die Zeit ist gleich vorbei, die Isi wünscht sich nämlich schon ewig diesen Fjellrafenrucksack, aber vorbei, vorbei, vorbei. Tja. Mann, ich habe mir den schon so lange gewünscht, Mama. Warum hast du es am Ende gefunden? Ja, ich habe ihn gefunden. Es ist zu spät. Da. Wow. Ja, man kann halt nicht alles machen. Jetzt komm, du hast richtig coole Sachen, oder? Na ja, Leute, ich habe dafür auch richtig viele schöne andere Sachen bekommen. Und Leute, knackt hier die tausend Daumen nach oben. Vielleicht bekomme ich den dann da, oder Mama? Ja. Du meinst den Fjellrafen? Zeig mal, du hast es ja jetzt gefunden. Zeig mal, Helm, du schreib. Das ist auch nicht einfach. Hier. Da. Genau. Hier. Dann würde ich doch sagen, wir machen nochmal so ein Video, aber mit extra schwer, weil du hast es eigentlich schon alles sehr gut erraten. Und ja, dann bin ich mal gespannt, oder? Zeig nochmal die anderen Sachen. Ich habe Nele bekommen. Nele. Und da kannst du mit diesen Robux, oder wie das heißt? Ich weiß immer nicht, wie das heißt. Da kannst du ja dann gleich für das, wie heißt das neue Update? Was kommt? Wie geht das? Neujahrs Update, oder? Ah, das müssen wir uns angucken. Diesen Scrunch hier, der ist es für Mädels, wenn ihr mal kalt ist. Okay. So Leute, das war unser Snuch-Selvy. Ach, kannst du noch was zeigen? Ja, die Maske, okay, sorry. Die Maske. Ich bin schon wieder schneller. Diese Maske hier, die finde ich richtig cool. Die würde es wie Long-Bread-DSDS drauf machen, Mama. Kannst du eine Story zeigen? Ne, können wir nicht, weil das Video kommt ja erst mal Sonntag. Stimmt. Oder können wir doch? Ja. Oder weißt du was? Nicht dein Ernst. Doch, ich schenke dir die doch. Die habe ich noch. Zeig mal. Ernsthaft jetzt? Ja. Zeig mal. Warte, ich muss sie hier runter. Ich finde, die passt so gut zu deinem Pullover. Die lag irgendwie so, dass das alles hochgelaufen ist. So eine und so eine. Welche findest du schöner? Ah, ich glaube, schöner finde ich die. Interessanter finde ich die. Ich finde die schöner und die cooler. Ja, genau. Und noch Schokolade werde ich nicht mit der Taune noch machen. Was? Dann dreh ich halt nicht nochmal so ein Video mit dir. Dankeschön. So Leute, das war jetzt mein Video. Mein Suchselvideo. Und ja, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Flügel nach oben. Drück die Glocke und abonniert mich und Nele. Tschüss. Wir fliegen jetzt weg. Kannst du fliegen? Mama Nele.